Vom Studieren und Zweifeln. Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Studieren und Zweifeln, dem Podcast des Studienerfolgsprojekts Plan A der Uni Leipzig. Ich heiße Carina, habe von Lehramt zur Germanistik gewechselt und freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. In der heutigen Folge habe ich keine aktuell studierende Person vor mir sitzen, sondern ein Alumnus der Uni, Andreas. Andreas hat an der Uni Leipzig angefangen, 2001 Informatik zu studieren. Nach vier Semestern hat er das Studium abgebrochen und eine Ausbildung an der Uni angefangen. Nach der Ausbildung hat Andreas noch ein Wirtschaftsinformatikstudium angenommen und jetzt ist er selbst unter anderem Ausbildungsleiter an eben seiner damaligen Ausbildungsstätte. Also ein sehr langer und spannender Lebensweg. Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt mit dir darüber zu reden, Andreas. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke. Ja, Andreas, ich habe mich ja bei der Recherche zu dieser Podcast-Folge so ein bisschen in die Untiefen der Uni Leipzig-Webseiten bewegt und da habe ich ein Video gefunden. Und ich glaube, das Video müsste dir selbst recht gut bekannt sein. Hören wir doch mal kurz in einen kleinen Ausschnitt rein. Ein guter Rat für alle Studienanfänger wäre, sich A, schon mal genau zu informieren, welches Fach will ich überhaupt? Gerade Beispiel Wirtschaftsinformatik oder Informatik. Die Informatik ist, Entschuldigung, graue Theorie. Bei der Wirtschaftsinformatik ist Anwendung. Also genau informieren und von Anfang an sich hinter sein Studium klemmen und dranbleiben. Leider bekannt, dieses Video. Kennst du das? Warum leider? Weil ich das selber bin, der gerade eben zu hören war, im jungen, zarten Alter. Ich kriege es gar nicht mehr zusammen, wie alt ich war. Das war 2013. Vor vielen Äonen, ich wollte es gerade sagen. Und ich selbst mag das Video nicht mehr sehen. Es ist fürchterlich. Wenn man sich selber reden hört, das mag nicht jeder. Ach Gott, na gut, herzlich willkommen in dem Podcast auf jeden Fall. Ja, danke. Nein, aber ich fand das super spannend, dich da irgendwie als Jungstudenten zu sehen, der so ein bisschen über das Wirtschaftsinformatikstudium spricht. Und ich finde, einen besseren Einstieg könnte es ja eigentlich gar nicht geben, als den jungen Andreas, der mitten in seinem Studium steckt. Lass uns jetzt einfach gerne kurz darüber sprechen, wie denn dein Weg zur Wirtschaftsinformatik ausgesehen hat. Andreas, du hast ja 2001 Abi gemacht und danach hast du mit dem Informatikstudium angefangen. Und selbst ich, und ich würde auch sagen, ich habe relativ wenig mit Informatik am Hut, weiß aber, dass quasi das Programmieren das A und O ist, um das Studium anzutreten. Wie sah denn dein Weg zum Programmieren und eben zu der Entscheidung, ich will jetzt Informatik studieren, aus? Oh, da muss ich sehr weit ausholen. Tatsächlich angefangen hat das Ganze eigentlich damals, als junger Stift, junger Knopf. Mein Vater hat kurz nach der Wende einen, ich weiß nicht, ob das die Zuschauer kennen werden, einen Commodore C64 mitgebracht. Erklär mal, ich kenne das beispielsweise nicht. Er hat so einen typischen Spitznamen, der Brotkasten. Ist also nichts anderes als ein Personalkomputer, der nicht viel kann, nicht viel speichert. Uralt, so 80er Jahre. Und den hat mein Vater damals angeschleppt und ich habe angefangen damit, mich zu beschäftigen. Klar, am Anfang gezockt. Summer Games, Winter Games, solche Sachen. Und irgendwann, recht schnell, habe ich gemerkt, Moment, ich kann der Maschine was beibringen. Und das war wahnsinnig spannend. Also ich konnte der Maschine meinen Willen aufzwingen und dann war es um mich geschehen. Also ich habe mit neun oder zehn Jahren, muss das damals gewesen sein. So früh? Ja, ja. Tatsächlich habe ich mir dann selber, auch mit der Hilfe von meinem Vater, Programmieren beigebracht. Kannte dein Vater das auch? Oder warum hat er die Maschine dann angeschleppt? Tatsächlich ja, durch seinen Job. Also er ist Diplomingenieur und hatte selbst in der DDR schon mit, in Anführungszeichen, Rechentechnik zu tun. Ja, okay. Jetzt ist es auf jeden Fall wahrscheinlich ein anderes System. Absolut. Dann wahrscheinlich auch so die frühkindliche Prägung, sowohl durch den Computer, als auch durch deinen Vater wahrscheinlich irgendwie, dass du dann gesagt hast, okay, nach dem Abitur will ich auf jeden Fall Informatik studieren? Definitiv. Das war die Geburtsstunde, wo ich auch nicht mehr weggekommen bin. Ich bin tatsächlich am Programmieren hängen geblieben. Warum auch immer. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Okay. Und dann hast du quasi, also das war ja quasi dann der Auslöser, um eben das Studium aufzunehmen wahrscheinlich. Genau. Wobei man fairerweise sagen muss, ich hatte auch einen sehr, sehr guten Informatiklehrer in der Schule. Das wird das Ganze noch verstärkt haben. Ja gut, ich hatte es leider nicht und deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht in Informatik gelandet. Ich glaube, ich bin immer noch in den Powerpoints in der siebten Klasse irgendwie stecken geblieben. Da haben wir alle mal angefangen. Und ich habe da auch aufgehört. Mit welchen Erwartungen bist du denn in dein Studium reingegangen? Also quasi frisch aus dem Informatikunterricht, aus dem Abitur, das sind ja eigentlich große Welten, oder? Oder wurdest du nicht überrascht? Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich bin mit den komplett falschen Vorstellungen in mein Studium gestartet. Tatsächlich, aber klar, damals, man wusste es nicht besser. Also ich komme aus einer kleinen Stadt nach Leipzig das erste Mal. Das war so, früher waren das Wochenendausflüge, wo man gedacht hat, wow, große Stadt. Und das hat sich dann nochmal bestätigt, als ich das Studium anfing. Sehr gute, große Universität, sehr alt, guter Ruf. Also alles war so wahnsinnig überwältigend, wahnsinnig neu. Und dann habe ich mich auf den Hosenboden setzen müssen. Ja, da kam halt wirklich die Arbeit, die dahinter steckte, ne? Genau. Also ich kannte es aus der Schule und von mir selbst, was ich mir beigebracht habe. Ich sitze am Rechner, ich programmiere. Das ist das, wo ich hinwollte. Vollkommen falsche Vorstellung von dem Studiengang Informatik. Hast du dann irgendwie so vor dich hinstudiert oder gab es dann einen Punkt, wo du gesagt hast, boah, okay, die Erwartungen, die sich jetzt gerade nicht erfüllen, die schwenken in Zweifel um und ich muss irgendwas dagegen unternehmen? Ja, zunächst, also ich muss fairerweise sagen, ich habe offiziell vier Semester Informatik studiert, habe nie eine Prüfung mitgeschrieben, mich nie zu einer Prüfung angemeldet, einfach weil ich richtig schnell gemerkt habe, das klappt irgendwie nicht. Und dann hast du quasi Semester für Semester quasi diese Prüfungen vor dir hergeschoben? Vor mir hergeschoben, bis ich dann nach dem zweiten Semester gesagt habe, irgendwie kannst du nicht weitergehen, da funktioniert irgendwas nicht, irgendwas läuft hier ganz, ganz falsch und habe für mich entschieden, im dritten und vierten Semester fange ich nochmal fächertechnisch, damals gab es Module noch nicht, das waren noch Diplomzeiten, fange ich einfach nochmal am ersten und zweiten Semester an und diesmal wird es klappen. Der allbekannte Neustart. Jetzt geht es richtig los. Nein, ein Hard-Reset oder Soft-Reset dann vielleicht doch eher. Und wie hat es dann, also hast du dich dann rangesetzt, hast du dann die Prüfungen geschrieben oder wie lief das dann ab nach dem Soft-Reset? Im Endeffekt hat sich nicht viel geändert. Also das große Ziel war Veränderungen zu erreichen, was nicht so richtig geklappt hat. Man muss vielleicht noch dazu sagen, ich habe auch parallel immer gearbeitet, um mir das Studium finanzieren zu können und das hat hinten und vorne einfach nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, du musst hier weg, Studium ist nicht das Richtige für dich. Du bist entweder auf gut Deutsch zu dumm oder zu unorganisiert und du willst aber trotzdem deinem Traum weiter folgen. Informatik war immer der Traum, wie ich bereits erwähnt habe. Da war ich irgendwie fixiert. Und da wollte ich auch weiter nach wie vor hin. Und dann musste ich halt eine elegante, clevere Lösung finden. Was war denn da die Lösung? Die Lösung war, mich zu exmatrikulieren. Vorneweg natürlich schon geschaut, was gibt es für Möglichkeiten. Klar, dann stößt man auf eine Ausbildung, also eine klassische Berufsausbildung über drei Jahre. Was ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was viele nicht wissen, es gibt durchaus einzelne Ausbildungsberufe, die auch an unserer Universität Leipzig ausgebildet werden. Und so bin ich dann zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung gekommen und habe die Ausbildung dann begonnen 2003 an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, damals noch Fakultätsrechenzentrum. Ja, ich wusste es beispielsweise auch bis zu dieser Folge nicht, dass es irgendwie diese Möglichkeit gibt, Ausbildungen an der Uni zu machen. War es dir wichtig, quasi an der Uni zu bleiben? Oder hattest du das quasi noch mit anderen Ausbildungen verglichen? Und war es so, okay, gut, diese Ausbildung scheint mir als die Beste zu sein? Die Ausbildung an sich wollte ich definitiv, Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung oder einfach, um es ganz trivial runterzubrechen, Programmierer. Klar habe ich mich parallel noch woanders beworben, aber als dann die Zusage kam, habe ich mich ganz klar für die Universität entschieden. Einfach auch vom Umfeld her, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Wirtschaftsinformatik, das machte alles einen super Eindruck. Und das sollte sich dann auch so herausstellen, dass der Eindruck nicht getäuscht hat. Das heißt also, dass du in der Ausbildung keine Zweifel hattest, sondern direkt wusstest, okay, jetzt, wo ich gerade bin, das ist die richtige Entscheidung gewesen? Das war definitiv die richtige Entscheidung. Also während der Ausbildung, während der drei Jahre, hatte ich tatsächlich nicht einmal Zweifel. Also diese Zweifel waren tatsächlich vorneweg im Studium, sei es die ungewohnte Situation oder auch Druck von außen. Ich hatte schon in der Schule wahnsinnige Mathe-Probleme und die haben mir das natürlich im Studium nicht leichter gemacht. Und dann kam noch dieser Druck von außen. Mein Vater, also nicht falsch verstehen, ich hatte eine wahnsinnig tolle Kindheit, meine Eltern haben mich geliebt, aber da kam immer dieses, das ist doch nur Mathe, das musst du doch können. Und das war ein Druck, mit dem konnte ich zur damaligen Zeit nicht umgehen. Und in der Ausbildung sah es dann wahrscheinlich anders aus, dass genau dieser Druck dann nicht so sehr gegeben war? Da war überhaupt kein Druck. Also typischerweise eine Berufsausbildung richtet sich an junge Menschen im Alter von 16. Ich war damals schon über 20, als ich die Ausbildung gemacht habe. Und auch durch mein Vorwissen habe ich tatsächlich auch in der Berufsschule nichts Neues lernen können. Ich habe das alles schon mal gehört und das war so eine ziemlich relaxte Situation, wo man sich schön zurücklehnen konnte. Nicht verwechseln mit Faulenzen. Also man muss trotzdem arbeiten. Ist schon klar. Aber gerade in der Berufsschule war es super locker. Aber trotzdem, also auch wenn du gemeint hast, dass es super locker war, bist du ja schon mit deinen Leistungen herausgestochen, wenn man so will. Du warst ja quasi der erste Azubi, der eine befristete Stelle bekommen hat an der Uni. Das heißt, du hast während deiner Ausbildung schon mal angefangen, so deinen weiteren Lebensweg irgendwie einzugehen. Genau, lass uns noch mal ganz kurz darüber sprechen. War das irgendwie, ja, auch viel für dich? War das eine schwierige Situation oder war es trotzdem ziemlich relaxt? Also tatsächlich müsste man hier mal einhaken. Also nicht während ich die Ausbildung habe, habe ich gearbeitet. Also man arbeitet, klar, während man die Ausbildung macht. Aber diese befristete Übernahme, was danach kam, das war klar voneinander getrennt. Also 2006 habe ich die Ausbildung abgeschlossen und bin dann für drei Jahre mit dem Facharbeiter von der IHK in der Hand in ein Forschungsprojekt übernommen worden, hier an der Universität, auch an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Das würde ich aber tatsächlich meiner Beharrlichkeit, also ich habe tatsächlich dem Prof so lange genervt oder vielleicht auch parallel mit Leistung überzeugt, man weiß es nicht, dass er irgendwann gesagt hat, ja, okay, das passt und die nächsten drei Jahre kannst du hier mit im Forschungsprojekt arbeiten. Okay, dann hast du dann quasi seine Ausbildung abgeschlossen und hast dich dann in das Forschungsprojekt reinbewegt und dann hast du letztendlich diese drei Jahre in diesem Forschungsprojekt gearbeitet und dann hast du letztendlich danach noch ein Studium angefangen. Das finde ich super spannend, weil du ja letztendlich in deinem ersten Studium ja eigentlich gemerkt hast, dass die Strukturen des Studiums dich irgendwie, ja, nicht ganz komplementieren, dass du dich irgendwie nicht so ganz darin wohlfühlst und vielleicht auch irgendwie anders deinen Leidenschaften nachgehen möchtest. Woher kam dann die Entscheidung, dass du quasi ein Studium, der Wirtschaftsinformatik dann letztendlich nach dieser befristeten Anstellung angenommen hast? Mehrere Aspekte würde ich da tatsächlich nennen wollen. Zum einen habe ich in der Ausbildung und in dem Forschungsprojekt sehr tief in die Wirtschaftsinformatik reinblicken können und habe gemerkt, das ist nicht wie Informatik. Informatik ist graue Theorie, Wirtschaftsinformatik ist doch sehr praxisnah mit Praxispartnern, Kontakte. Es geht um anwendbares Wissen und nicht so diese graue Theorie Eins und Null und wie so typischerweise Informatik ist. Das war sehr spannend und tatsächlich ganz trivialer Grund. Jeder muss was zu essen haben und ein Dach über dem Kopf, Geld. Nachdem das Forschungsprojekt zu Ende war, nicht übernommen werden konnte an der Uni. Achso, das war befristet, ne? Genau, war auf drei Jahre befristet. Habe ich mich überall draußen beworben, wo es halt gepasst hat in der freien Wirtschaft und da waren tatsächlich so viele schlechte Angebote dabei. Wir reden hier über 50 Stunden die Woche Arbeit für 900 Euro. Oh Gott, ja, okay. War alles mit dabei bei einer Firma für drei, dreieinhalb Monate waren es sogar Arbeiten ohne einen Cent Bezahlung. Also ich wurde dann auch nochmal schön über den Tisch gezogen und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann noch mehr als diesen, nicht falsch verstehen, diesen in Anführungszeichen nur Facharbeiter. In Deutschland zählt nach wie vor leider dieses, du bist was, wenn du einen Zettel hast, der aussagt, dass du was bist. Das ist leider nach wie vor noch so und ich für mich wusste, ich kann mehr als diesen Facharbeiter und das hat mich so ein bisschen gereizt, aber natürlich auch wieder vor Probleme gestellt. Okay, gut. Interessant, dass du das irgendwie sagst mit diesem Zettel. Ich würde da jetzt ganz kurz nochmal einhaken. Du meintest, dass es dann dich für Probleme gestellt hat. Inwieweit? Waren es immer die gleichen Probleme, die du hattest, während du dein erstes Studium quasi angefangen hast oder waren es dann doch andere Probleme? A, das Alter. Ich war ja dann schon kurz vor 30 tatsächlich. Das war auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, Andreas, du weißt, dass du mehr leisten kannst und entweder du fängst dieses Studium jetzt an, bevor du diese magische 3 vorne dran stehen hast oder du machst es nicht mehr und irgendwann kommt der Punkt in deinem Leben, wo du es bereust. Das war ein großer Antrieb. Aber mir war vollkommen bewusst, dass Geld wieder ein Problem sein wird. So soll das dann auch kommen. BAföG war nicht mehr. Und mir war vollkommen klar, dass mein persönlicher Endgegner die Mathematik wieder auf mich warten wird. Und da kommt man dann schon ins Grübeln und das war ein Denk und tatsächlich ein Findungsprozess, der bei mir auch über mehrere Monate ging. Also quasi würdest du sagen, dass es ein ähnlicher Findungsprozess war wie in deinem ersten Studium oder warst du schon irgendwie gewappnet, was auf dich zukommt? Ich war definitiv gewappnet und sei es nur durchs Alter. Wie gesagt, kurz vor 30, ein bisschen reifer, das klingt immer so lapidar dahergesagt, so jung und dumm. Tatsächlich in meinem ersten Studium war ich jung und dumm. Da sieht man viele Sachen noch ein bisschen anders und dann habe ich mich einfach besser vorbereitet gefühlt. Ich habe alles durchdacht. Alternativwege waren da, also Plan A, Plan B, passend zum Thema. Ah ja, wollte ich auch das sagen. Menschen. Ja, also ich hatte Alternativen in der Tasche. Ich war einfach ein bisschen reifer, konnte Sachen mehr durchschauen, besser durchdenken und habe mich einfach besser vorbereitet gefühlt. Und diese Angst vor den Prüfungen, die du ja in deinem ersten Studium hattest. Wie bist du sie da angegangen? Hast du dich hingesetzt und gesagt, okay, ich muss jetzt dieses Studium durchziehen, damit ich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe? Oder was war da so dein Umgang damit? Gerade in Bezug Mathe. Also wer Wirtschaftsinformatik studiert, muss Minimum zwei Semester oder nochmal durch zwei Module Mathematik. Das erste Modul habe ich im ersten Anlauf geschafft, Mathe 1. Da habe ich mich, ich glaube, es war eine Woche, anderthalb Wochen zu Hause eingeschlossen. In der dunklen Kammer, so zwei Wasserflaschen hingestellt und los geht's. Notebook daneben gestellt und ganz, ganz viel YouTube-Videos geschaut. Ich glaube, mein größtes Mathe-Problem kam auch in der Schule daher, dass ich nie verstanden habe, wofür brauche ich das jetzt eigentlich? Das war mir so vollkommen abstrakt. Kurvendiskussion ist eigentlich was ganz Triviales, aber ich habe nicht verstanden, wofür. Also hat mein Kopf zugemacht. Und dann habe ich irgendwo einen YouTube-Channel gefunden und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, was eine Kurvendiskussion ist und dann hat es im Kopf Klick gemacht. Also konnte ich einen Haken an Mathe einsetzen. Trotzdem blieb nach wie vor die Angst und das führte dann noch mal zu einer Situation, die ich tatsächlich niemandem wünsche. Im zweiten Mathe-Modul bin ich halt dann durchgefallen, saß im zweiten Versuch, bin durchgefallen. Oh. Und dann saß ich in meinem dritten und letzten Versuch und ich hatte vorneweg die Prüfung schon ein paar Semester geschoben, einfach aus Angst. Ja, vollkommen verständlich. Und der dritte Versuch war dann zu einem Zeitpunkt, ich hatte alles fertig für den Bachelor. Die Bachelorarbeit war abgegeben, geschrieben, abgegeben, bewertet. Alle Module waren abgeschlossen, nur dieses eine Modul Mathe 2 nicht und an dem hing alles im dritten Versuch. Und das ist so viel Druck und eine wahnsinnig unangenehme Situation. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich zurückdenke. Ja, ich kann mir auf jeden Fall die Situation ziemlich vorstellen, dass vor allem dieser riesige Druck da irgendwie auf dir lastet, auf so vielen verschiedenen Bereichen. Okay, Andreas, und hast du die Prüfung bestanden? Ich habe sie bestanden. Ich habe sie sogar mit dem besten Ergebnis aller Anwesenden und in Note ausgedrückt einer 3,7. Oh Gott. Ja, ich glaube, das macht jetzt noch mal die Dramatik dieser Situation auf jeden Fall noch mal bewusst. Ja. Aber dann letztendlich mit Schweiß und zwei Wochen eingesperrt und ganz vielen Nerven hast du aber dann... Schweiß und Tränen. Schweiß und Tränen. Ja gut, im wortwörtlichen Sinne hast du dann aber trotzdem dann den Bachelor in den Händen gehalten nach einer abgeschlossenen Ausbildung. Jetzt haben wir quasi über so deinen anfänglichen oder generell deinen Werdegang so ein bisschen gesprochen, quasi über dein erstes Informatikstudium, über deine Ausbildung und dann dein zweites Studium an der Wirtschaftsinformatik. Kommen wir jetzt doch mal kurz zu deinem Ist-Zustand. Nach deinem Studium hast du dich dann ja auf eine ganz besondere Stelle beworben und zwar als Leiter der Ausbildung an der Uni, die du ja auch selber durchlaufen hast und du bist bis heute noch in der Position, bildest Azubis aus und bist unter anderem auch Studienfachberater für Studierende aus den Studiengängen der Wirtschaftsinformatik. Du hast ja jetzt auch sehr viel mit Azubis zu tun, die wahrscheinlich auch genau wie du damals eine Ausbildung zu den Wirtschaftsinformatikern machen. Was rätst du denn den Leuten, wenn du siehst, okay, da zweifeln Leute? Also zunächst, nur um es zu ergänzen, habe ich nach dem Bachelor tatsächlich noch den Master und den IHK-Ausbilderschein gemacht, der Voraussetzung war, um die Stelle antreten zu können. Ich sehe es tatsächlich sehr oft, auch jetzt gerade haben wir wieder so eine Situation, wo man zweifelt oder ein Auszubildender zweifelt. Nur ist jeder Mensch anders und man kann nie in die Köpfe reingucken. Von daher ist mein Angebot immer, meine Tür steht immer offen. Ich höre offen und ehrlich zu und ich kann höchstens mit meiner Erfahrung versuchen, ein bisschen zu unterstützen, die Situation zu analysieren oder einfach auch nochmal zuhören. Das hilft schon manchmal, wenn man über gewisse Situationen reden kann, um so einen Knoten zu lösen, den man vielleicht alleine nicht so ganz entwirren kann. Und was ich noch immer irgendwie spannend fände, du bist ja zum einen Studienfachberater und zum anderen dieser Ausbildungsleiter, diese Doppelposition quasi, unter anderem natürlich. Unterscheiden sich da deine Ratschläge irgendwie von Studium zu einer Ausbildung, quasi wenn die Leute zweifeln oder sind das ähnliche Sachen, die du den Leuten rätst? Es ist natürlich situationsbezogen, ganz klar. Aber die grundlegenden Probleme und wenn man es ganz, ganz tief runter bricht, ist es immer nur ein Problem, Selbstzweifel. Die sind identisch. Es ist vollkommen egal, ob ein Studierender vor mir sitzt oder ein Auszubildender. Es sind immer Selbstzweifel. Dieses Gefühl, ich schaffe hier irgendwas nicht und ich schaffe es nicht, mich da selber rauszuziehen. Also im Grunde die ähnliche Situation, die ich damals in meinem Informatikstudiengang hatte. Von daher wirklich mein Tipp, Hilfe holen. Und wenn es nur Reden ist, das kann manchmal so viel lösen, aber wie gesagt, Studium oder Ausbildung, ich sehe da tatsächlich, jetzt mal rein vom fachlichen Niveau abgesehen, sind es die ähnlichen Probleme. Das kann ich mir relativ gut vorstellen, auch das mit den Selbstzweifeln, was du gesagt hast. Und das ist auch irgendwie so eine Grundessenz auch in diesem Podcast, dass wir irgendwie letztendlich immer zu dem Schluss kommen, zu sagen, tauscht euch aus. Wenn ihr Hilfe braucht, geht zu Studienfachberatern, versucht eure Situation auch von einem anderen Blickwinkel irgendwie zu erklären und zu beleuchten. Ganz wichtig. Ja, schön, dass du sagst, weil dieser Blick von außen, man spricht immer von Betriebsblindheit und man ist so in seiner eigenen kleinen Welt und sieht so sein tägliches, wo man Probleme hat. Wenn jemand anders mal drauf schaut, kann das ganz gut helfen, weil es gibt auch eine Sache, die ich immer, egal in welcher Situation, Leuten versuche, klarzumachen. Das Leben ist nicht leicht. Das ist für niemanden. Um Gottes Willen. Aber wenn ich ein Ding gelernt habe in den nun fast 42 Jahren, da hat jemand eine Tür vor dem Gesicht zugeschlagen und du hast dir eine blutige Nase geholt. Aber guck mal ein bisschen links, guck rechts. Die Tür hat so viel Wind gemacht, dass links und rechts zwei andere Türen, also zwei andere Möglichkeiten, einfach aufgegangen sind. Vielleicht sind die nur einen Spalt aufgegangen und du brauchst ein bisschen Hilfe, dass jemand die Tür noch mit aufschiebt. Aber tatsächlich ist es so. Eine Tür zu und zwei andere sind geöffnet. Was ein schönes Bild, was du am Ende nochmal kreiert hast. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast und vor allem uns mit drei offenen Türen aus dieser Folge entlässt. Herzlichen Dank für deine Zeit. Aber gern, immer wieder gern. Ja, und das war es schon mit dieser Folge vom Studieren und Zweifeln. Falls ihr Anmerkungen, Fragen, Kritik oder Lob habt oder vielleicht auch selber Lust habt, eure Geschichte in dem Podcast zu teilen, dann schreibt uns doch gerne an die E-Mail studienzweifel.uni-leipzig.de Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, könnt ihr gerne der Uni Leipzig auf Instagram folgen. Da gibt es alle drei Wochen passend zur Folge eine Story, wo unsere Gästinnen ihre Tipps beim Studienzweifel mitgeben. Ansonsten könnt ihr unsere Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts oder auch auf YouTube hören. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Vom Studieren und Zweifeln Der Podcast über Studienzweifel und Studienabbruch Auf Wiedersehen. Vom Studierf Vom七